Fußball-Wetten 20.09.2019 Gewinn, 6.698 Euro Quantenmechanik Autor deseltsamekensier YouTube Auch als ich die kostenlosen Wettprognosen im YouTube-Livestream verkündet habe, habe ich gesagt, auch wenn es manchmal überflüssig zu sein scheint, aber sicherheitshalber immer unentschieden mit Wetten. Und das hat sich ausgezahlt. Der Gewinn für 1.024 Einsätze ist 7.722 Euro abzüglich Einsätze, also 6.698 Euro geworden. Freitag, 20.09.2019 Korkfinharz 1.00 zu 0.03 Euro 20 3.20 der Ribot Dublin 1.00 zu 0.03 Euro 9.60 Samroxt Patricks 1.00 zu 0.03 Euro 75 36 Euro Götzteppe Konüa Spor 1.00 zu 0.00 Euro 30 82 Euro 80 Straßburg Nord 1.00 2 1.00 2 Euro 30 190 Euro 44 Posen Bialstock 1.00 1 zu 1 3 Euro 10 590 Euro 36 Cagliari Genua 18 193 1.00 3 1.00 2 Euro 25 13 128 32 32 Euro Schalke Mainz 1.00 2 1.00 1 Euro 70 2258 Euro 14 Würzburg Meppen 1.00 3 2.00 1 Euro 90 4290 Euro 47 Heidenheim Darmstadt 1.00 1 zu 0.00 1 Euro 80 7.722 Euro 85 2 mal 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 2 gleich 1024 Einsätze Schrägstrich Minus 1024,00 Euro 6698 Euro 85 6698 Euro 85